Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ridge Racer Unbounded. Ja, wir sind wieder zurück und heute habe ich auch den Absidus mit dabei. Was? Ja, hä? Ja, weißt du nicht, dass das jetzt wieder ein bisschen lahm wird? Jedes Mal dasselbe? Nein, Spaß. Doch, aber es passt halt ganz gut. Jo, definitiv. Naja, egal. Wir machen mal heute weiter. Uh, Vernichtung. Warte, wenn ich kurz mal gucken kann, was muss ich denn da machen? Vernichte 25 Fahrer. Holla, die Waldfee. Das geht ab mit dem Bio-Mouth. Uh, ich habe eine neue Lackierung. Ne, doch nicht. Quatsch. Egal. Jetzt habe ich alles auf den Controller gelegt, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, das hatte ich das letzte Mal gar nicht gesagt. Genau, ich habe jetzt alles erstmal auf den Controller gelegt, sodass ich ein bisschen besser damit fahren kann. So. Uh, guck, guck. So. So, der Misten. Nein, ich wollte eher weniger. Ja. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, wie auch immer ich den hingekriegt habe. Äh, fail und so. Ja, nein, ich wollte eigentlich... Also, ich soll 25 von den Wagen hier zerstören, oder was? Ja, finde ich auch. Nein, du sollst nicht drüben. Alter. Das ist so schwer, dieses Bio-Mouth zu kontrollieren. Mehr oder weniger, wenn man mit dem Controller zockt. So. Toll, da die Weisgäste. Toll, ich habe gerade mal 10 von den Stunden gemacht. Ups. Ab in die Wand. Das ist genial. Toll, bringt mir auch nichts. So, gleich zwei. So geht's auch. Aua. Zack, den nächsten. Ja, gut, dann lasse ich mich da mal abräumen. Oh, ich brauche mich zu schnell. Jupp. Yes. Gerade noch erwischt. So, Rambock. Ja, ich weiß, ich bin in Rambock. Rambock. Nee, Rambock. Ja, ich glaube, irgendwie habe ich es damit, ne? Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Egal. 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 Ja, nee, ich habe nur 18. Ich wollte eigentlich 25 machen, aber nur gut. Egal. Jetzt habe ich nur... Immerhin zwei Sterne. Sind besser als nichts, würde ich sagen, ne? Vernichter, Wiederholungstäter, Highspeed-Vernichtung, Raser, Misanthrob, was das auch immer ist, Metallschleifer und Rambock. Passt. 13.000, passt das zum Leveler? Jupp. Ich bin jetzt Vagabund. Yes, ich habe den Kinghawk GT freigeschaltet. Und eine neue Stadt. Yes. Sehr schön. So. Gewinne ein Rennen mit zwei Runden gegen elf Gegner. Sammle Power zum Zerstören. Okay. Haupt-Tren... Na, toll. Jetzt ist nur die Frage, welchen Wagen nehme ich jetzt dafür? Ich glaube, ich nehme den da. Der passt ganz gut. Der ist robust. Ist schnell. Und teilt auch kräftig aus. Klingt aus dem perfekten Voraus zu zahlen. Für mich ja, immer. Du kennst mich ja. Eigentlich lasse ich keinen Wagen heile. Kennt man ja aus GTA 2, ne? Yep. Boah, es ist so ungewohnt mit Controller zu zocken, wenn du vorher die ganze Zeit mit Tastatur gespielt hast. Oh, ladi, mal fehl. Na, na. Komm mal her. So, weg mit dir. Ja, Hauptsache. Danke, 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 danke. Nein, du sollst mich nicht schieben. Ja, Hauptsache, jetzt wurde ich vernichtet. Ist klar. Oh, da vorne ist er, ja. Komm mal her, mein Baby. Ähm. Ja. Ja. Ich guck gerade, ob es mir überhaupt gar keine Punkte zu zerstören gibt. Aber ich glaub, eher weniger. Was, ich bin zwölfter? Oh ja, nee, ist klar. Komm zu, Papi. Gehen wir mal nicht. Huh. Na gut, dann gehen wir da durch. Es gibt doch noch Sachen zum Zerstören. Sehr schön. Oh, da die beiden. Ja, nee, tut mir leid. Könnte ich nicht zerstören. Wow. Aber immerhin habe ich mich jetzt auf den sechsten Platz hochgearbeitet. Das ist sehr schön. Huh, huh, huh. Tag, Mann. Hallo. Jiii. Hauptsache, ich nehm den anderen noch mal rein. So ist das doch schön. Huh, direkt den ersten vor mir. Sehr schön. Haha. Äh, ja. Hula, da geht's nicht durch. Was? Es gibt Autos hier? Ja, sorry. Ich muss das vorher nicht. Nein, ich meinte eigentlich Zivilverkehr. Loll, ich hab... Oh, puh, ich hab kritischen Schaden. Scheiße. Ja, jetzt bin ich zerstört. So, jetzt aber. Was zum... Irgendwie lackt der Sound gerade. Ich hab keine Ahnung warum. Also, ich entschuldige mich jetzt dafür schon mal. Ja, der, 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 der Counter ist auch bei 19 FPS, Alter. Lenk mich doch am Arsch. Wollah, die waren bei 16, 14 FPS, Alter. Warum stürzen wir das gerade die ganze Zeit ab? Ich sag mir jetzt nicht, mein PC ist am Update zu ziehen. Hab ich nämlich gerade mal keinen Bock darauf. Ach, puh. Ups. Da war der Rivale noch. Kollateralschäden. Macht nix. Hauptsache, Kollateralschäden macht nix. Ja, klar, kennst du mich doch immer. Ups. Ups. Ach, guck mal, da ist der Erste ja auch. Wow, da hab ich aber ziemlich viel aufgeholt. Entschuldigung. Nein, da wollte ich doch gar nicht lang. Warte. Oh, puh, 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 puh. Jetzt muss ich mich beeilen. Ja, okay, können wir vergessen. Ich muss es neu starten. Okay. Ja. Das war gerade epic fail, weil ich voll in die Wand reingekracht bin. Und das kurz vorm Ziel. Ich hätte den eigentlich rein theoretisch erwischen können. Geben wir Busen. Ja, die Wand hat natürlich nicht nachgegeben. Nein. Hätte ich es früh genug gehabt, dann hätte ich da jetzt meinen ersten gleich gehabt. Oha. Nein, bloß nicht an der... Oh, die Wand nicht. Komm schon. Komm. Was zum... Das ist einfach voll stufig, wenn ich mich reingebrettert. So viel. Wo ist der? Ja, genau. Und jetzt auf einmal kritischen Schaden. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Nein. Und so. Doch. Leider. Nein. Ach, komm, Alter. Da setzt er noch vor der Kurve, setzt er noch den Boost ein, weißt du? Okay. Das ist so assig, ist das einfach nur. Leck mich doch noch. Ja, war so klar. Ich dachte jetzt, wenn ich den Booster einsetze, dann komme ich da noch durch. Okay, ich glaube, das wird härter, als ich dachte. Ja, und... Yes. Ja, Boost. Und ab da durch. Ab du Schmack. Ich brauchte was zum... 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 Ja. Jetzt gehuuuut das noch mal ein bisschen ab. Holla, die Warte. Letzte Wunde, und ich bin Erster, wow. Das ist Wunder. Uiuiui, warum bin ich vierter jetzt auf einmal? Ich geh jetzt noch nicht hin, jetzt zurück. Was? Oh, leck mich am Arsch, ja, super. Ach, nö. Ach, guck mal, das ist ja mein Rival, dann kann ich den ja noch Feuer zerstören eben. Komm zu, Papi. Ups, da war ein bisschen Epic Fail. Ach, Bede. Jetzt verkacke ich das schon wieder, ernsthaft? Falsch an. Doch, geht doch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ab da durch. Nein, das war falsch. Ach, nö. Toll, ich bin Sechster, das schaffe ich nie mehr. Ne, das schaffe ich nie mehr. Toll. Ich hab mich der ganze Scheiß schon wieder wiederholt. Oh, vergiss es. Das war ja sehr schön. Oh, Gott. Ich glaub, das war eine schlechte Idee, den Magen zu nehmen. Ja, von der Schwerfälligkeit her. Ähm, ja, die zerstört ziemlich viel. Lasst mich in Ruhe. Auf, zack, Alter. Die zerlegt mich hier halt. Ja, wie auch immer. Ich liebe sowas. Haha, toll. Danke auch. Jetzt kann ich mich nicht mehr revanchieren, weil er selber gecrashed wurde. Na gut, dann machen wir es da durch. Hui. Huuu. Guck guuuuck. Oh, wow. Hauptsache, ich hab einen Doppeltreffer gelandet. Ja, ich weiß, dass ich erst da gewonnen bin. Bringt mir nur nichts. Ach, Gottchen. Ja, komm, abheben, den Schaden. Oder einfach durch die Mitte. Alter, wie schnell holt die Mitte auf. Ähm. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja, genau. Ich crash natürlich. Nichts ist ausgezahlt worden. Wenn ich das ausgezahlt würde. Ah, könnte ich vielleicht Donner schaffen. Alter! Ich versuch's nämlich noch glatt loszuwerden. Und ich mit mir! Zweiter geworden? Wo ist der Erste? Ach nee, Erster geworden. Ups! Alle Ziele vernichtet! Nein, doch nicht. Den da. Flieger! Ja, ich weiß, ich bin der totale Überflieger. Hust, Hust. Aber hey, ich hab das Event endlich mal geschafft. Meine Güte, war das aber auch ne harte Nuss. Boah! Räder des Chaos hieß das auch, das Event. Oh, ich hab fast alle Ziele erreicht. Yeah! Wolkenkratzer, Tankwagen, Markt, Brückenbaustelle, Betonanhänger, Highwaybaustelle, Raser, Highspeed-Vernichtung, Stadtzerstörer, Doppeltreffer, Rowdy, Stadtvernichter und Flieger. Ja, ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, 32.000 Punkte habe ich dafür gekriegt. Leucht. Alter! Mir fehlen nur noch 7.000, bis ich das nächste Level abhabe. Ohohohoho! Alter, Vater! Hauptsache 3 Sterne, schon wieder ein Dominationsrennen, ernsthaft. Okay, dafür nehme ich aber diesmal einen Andern. Ich glaube, dafür nehme ich wieder den Ersten. Mit dem war ich eigentlich ganz zufrieden. Machen wir mal Silber. In Silber sieht er doch ganz schick aus. Was machst du da eigentlich gerade bei Trackmania? Ich fahr unten in der Hoffnung, dass ich meine Zeiten schlage. Und zwar Settel, irgendwann habe ich selbe Strecke. Okay. Witschack, 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 Witschack. Witschack gibt noch so schön Punkte. Yes! Jetzt habe ich erstmal die Power wieder. Ich wollte nur noch irgendeinen Fixpunkt, wo ich durchbrettern kann. Und zerstören kann. Zerstörungswut! So ungefähr. Ja, ich bin Flieger. Uh, Treibstofftank. Yay! Grüß dich, ich bin Vierter, der Fünfter. Ja, ich bin Vierter, der Fünfter.